Mit Beginn der Sommerferien in Berlin und Brandenburg herrscht Chaos am Flughafen BER. Vorübergehend war der gesamte Flugverkehr lahmgelegt, sodass weder Flugzeuge starten noch landen konnten. Grund dafür war offenbar eine technische Störung. Auf X wies der BER auf Verzögerungen bei der Abfertigung hin und nannte als Ursache eine technische Störung, ohne Einzelheiten zu nennen. Zum 80. Jahrestag des 20. Juli 1944 empfängt der regierende Bürgermeister Kai Wegner am Vorabendangehörige der Stiftung 20. Juli 1944 im Roten Rathaus. Wegner würdigt den Mut und die Überzeugung der Widerstandskämpfer gegen das Naziregime, trotz ihres Scheiterns und der Verfolgung durch die Nazis. Am Samstag hält Wegner eine Ansprache und nimmt an der Kranzniederlegung im Bendlerblock teil, wo die Gedenkveranstaltung live übertragen wird. Die Berliner Feuerwehr profitiert ab sofort von einer neuen Kooperationsvereinbarung, die die Bürokratie bei Spenden und Unterstützungsleistungen reduziert. Die Vereinbarung schafft Rechtssicherheit und entlastet die Verwaltung durch einen Freibetrag von bis zu 3000 Euro. Dies ermöglicht den freiwilligen Feuerwehren und deren Fördervereinen, sich stärker auf ihre wesentlichen Aufgaben zu konzentrieren. Die Unterzeichnung der ersten Vereinbarungen fand am 19. Juli statt und würdigt das ehrenamtliche Engagement. Die Kartretter-Initiative zielt darauf ab, freiwillige Ersthelfer schnell zu Notfallorten zu bringen, um die Zeit bis zum Eintreffen der Rettungskräfte zu überbrücken. Das Bezirksamt Neukölln und die Berliner Feuerwehr werben für die Registrierung in der Kartretter-System-App. Ersthelfer in der Nähe eines Notfalls werden per Smartphone alarmiert und können lebensrettende Maßnahmen ergreifen. Das System basiert auf einem Forschungsprojekt des BMBF und wird von vielen Städten und Kommunen unterstützt. Der Bezirk Rheinickendorf hat einen ersten ausführlichen Bericht zur Sichtweise junger Menschen vorgestellt, der vom Jugendhilfeausschuss angenommen wurde. Der Bericht, erstellt von der Beteiligungskoordination für Kinder und Jugendliche, wird alle vier Jahre veröffentlicht und fließt in den nächsten Jugendförderplan ein. Rund 900 Kinder und Jugendliche äußerten sich zu Themen wie Freizeit, Wohnungssuche und Klimawandel, wobei 74 Prozent mehr Aufklärung über Alkohol, Rauchen und Drogen fordern. Jugendstadtrat Alexander Evers betont die Wichtigkeit der jungen Perspektive und die Notwendigkeit deren Mitbestimmungsrechte zu stärken. Bei den diesjährigen Prüfungen in Berlin erzielten Abiturienten, Schüler des mittleren Schulabschlusses, MSA, und der erweiterten Berufsbildungsreife, EBBR, herausragende Leistungen. Insgesamt schlossen 461 Abiturienten mit der Bestnote 1,0 ab und die durchschnittliche Abiturnote betrug 2,3. Auch in anderen Bildungsgängen wie Fachhochschulreife und beruflichen Schulen wurden Spitzennoten erreicht. Bildungssenatorin Katharina Günther Wünsch lobt das Engagement von Schüler und Lehrkräften sowie die hervorragenden Leistungen in den beruflichen Schulen. Bezirksstadtrat Christopher Schreiner warnt vor den Umwelt- und Sicherheitsproblemen durch Müll und unkontrollierten Straßenhandel in Berlins zentralem Bezirk Mitte. Die Verschmutzung durch Verpackungsmüll, Zigarettenkippen und Flaschen ist besonders bei Großveranstaltungen ein Problem, und die Reinigungskosten sind hoch. Das Bezirksamt Mitte hat bereits 2007 bestimmte Bereiche des Bezirks für mobilen Handel gesperrt, um Umwelt- und Verkehrssicherheit zu schützen. Bei Verstößen drohen Geldbußen von bis zu 10.000 Euro. In Charlottenburg erlitt ein 47-jähriger lebensbedrohliche Verletzungen nach einem Streit am Mierendorfplatz. Der Mann wurde gegen 3.30 Uhr von mehreren Unbekannten mit Stich- und Gesichtsverletzungen attackiert. Passanten alarmierten den Notarzt, der den Verletzten zur Notoperation in eine Klinik brachte, wo derzeit keine Lebensgefahr mehr besteht. Die Täter sind geflüchtet, die Kriminalpolizei ermittelt. Und nun zum Wetter. In der Nacht zum Samstag ist es locker bewölkt, bei einer Tiefstemperatur von 18 Grad. Der Samstag zeigt sich dicht bewölkt, aber es bleibt trocken, bei einer Höchsttemperatur von 30 Grad. Am Sonntag scheint von Tagesbeginn bis zum Nachmittag die Sonne, bei einer Höchsttemperatur von 32 Grad. Das war aus Berlin, wir wünschen Ihnen einen schönen Abend. Das war aus Berlin, wir wünschen Ihnen einen schönen Abend.